Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Und ich freue mich riesig, dass zu diesem Abend das Kino so voll ist, denn es ist ein ganz wunderbarer Film, sehr besonderer, den wir Ihnen hier heute in der Reihe Was tut sich im deutschen Film präsentieren dürfen. Und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es ist eine sehr besondere Reihe, seit 2005 gibt es die, jeden Monat zeigen wir ein aus unserer Sicht besonders herausragendes aktuelles deutsches Kinowerk und wie immer dann auch im Anschluss mit einem ausführlichen Werkstattgespräch mit der Regie. Und das wird auch heute der Fall sein, ich stelle sie gleich vor. Das ist eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit EPT Film, Rudolf Warschig ist auch hier, hat die Reihe mitbegründet, Sabine Horst, die Chefredakteurin ist da, Ulrich Sonnenschein wird nachher das Gespräch führen, Sie kennen ihn auch vom Hessischen Rundfunk. Und ja, die sitzen hier in Frankfurt, sind Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film, deswegen richtig klasse, dass wir das hier so machen dürfen. Wenn Sie übrigens Lust haben, ja, kann man auch mal applaudieren, Dankeschön. Wenn Sie übrigens Feuer gefangen haben sollten, nachdem Sie diese Veranstaltung miterlebt haben, all diese Gespräche zeichnen wir auf und auf der Seite wastutsichimdeutschenfilm.de, jeweils mit Bindestrich zwischen den Wörtern, können Sie die Gespräche nachschauen. Aber, dass wir das machen können, hängt auch damit zusammen, dass eben ganz tolle Filmschaffende uns hier immer in Frankfurt beehren und sie ist auf jeden Fall weit mehr als eine Schauspielerin, in ihrer Generation vielleicht eine der vielseitigsten, das kann man nicht anders sagen, so künstlerisch aktiv in allen Belangen, wir werden da sicher gleich drüber reden. Jetzt hat sie ihr Langspiel-Regie-Debüt vorgelegt und das ist ein wirklich sehr besonderes, es ist eine große Ehre. Eileen Tetzel, herzlich willkommen. Dein Applaus. Genau, ich habe es gerade gesagt, erste Regiearbeit, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, du bist schon oft mit deinen Filmen mitgereist, aber jetzt so eine Kino-Tour zu machen als Regie-Führende, das erzähl mal, wie hat sich das anders angefühlt? Also erstmal muss ich ganz kurz sagen, ich habe gerade eine Führung von US bekommen hier in dem Filmmuseum, ich weiß nicht, wer von euch schon mal drin war, ja, okay, alle nicken, der ganze Saal und ich bin richtig geflasht, also ich bin noch gerade so ein bisschen verzaubert, weil man ja da diese ganze Reise sieht, wie es dort dazu gekommen ist, dass Film existiert und das hat mich jetzt gerade voll berührt, weil ich so auf einmal festgestellt habe, krass, jetzt habe ich auch einen Film gemacht. Also irgendwie, ja, das ist so, das ist echt nochmal was anderes als nur zu spielen, auch wenn natürlich ich ja auch das Glück hatte, wie du gerade schon gesagt hast, dass ich sehr vielseitig spielen durfte bisher, aber wirklich so einen Film komplett zu machen mit einem ganz tollen Team und ganz tollen SchauspielerInnen, das, ja, das besprechen wir, besprechen wir später ja nochmal ausführlicher, aber auf jeden Fall hat mich diese Kombination aus diesem Moment, wo ich jetzt hier stehe und dieser Führung gerade, macht auf jeden Fall was. Also ganz lieben Dank, ich kann das nur zurückgeben und toll, dass du auch so begeistert davon bist, weil davon lebt ja auch so ein Museum, dass dann eben auch immer wieder Neues dann dazukommt und Menschen wie du, die auch Filmen schaffen, dann eben uns da auch Input geben. Aber wie gesagt, jetzt erste Regiearbeit, so eine Tour, wie bist du da rangegangen, also hast du da eine andere Ziele gehabt, weil als Schauspielerin steht man ja oft so daneben, bekommt ein, zwei Fragen und die Regie muss alles beantworten, so gefühlt, jetzt ist das in deiner Hand gewesen. Genau, also ich glaube, das Besondere ist, wenn man als Schauspielerin über eine Rolle spricht, dann spricht man halt über eine Rolle, man kann auch darüber sprechen, wie man sich vorbereitet hat und so, aber in der Regie, gerade wenn es so ist wie jetzt bei mir, ich habe das Buch auch geschrieben, dann ist es halt so, dass man halt so sagt, so und hier ist übrigens mein Herz, liebes Publikum, das ist mein Geschmack und es fühlt sich einfach sehr viel krasser und vulnerabler und auch wahnsinnig schön an, sich einfach zu trauen, zu sagen, das ist jetzt, diesen Film wollte ich jetzt gerne in die Welt rausbringen. Und du hast ja auch alle Entscheidungen ja auch selber treffen können und dürfen dann, also das geht ja mit der Musik los und vielleicht wissen Sie es, du hast ja auch diesen tänzerischen Wurzeln, da wird vielleicht ja auch nachher drüber geredet, all das so mit reinzubringen und so eine Note zu geben, ist auch eine große Verantwortung dann im Schnitt zum Beispiel. Es ist eine große Verantwortung, aber irgendwie vielleicht auch dadurch, dass ich selber geschrieben habe, ich hatte immer so eine Sicherheit, was richtig ist. Also ich wusste bei jedem Musikeinsatz, bei jedem Sound, bei jeder Wahl für die einzelnen Rollen, wen wir uns ausgesucht haben, ich wusste immer genau, was sich für mich persönlich richtig für diese Geschichte und für diesen Film angefühlt hat und ich war eigentlich die ganze Zeit sehr dankbar, dass so tolle Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, wie können wir diese Vision Realität werden lassen. Also dass man einfach mit so wunderbaren Menschen zusammenarbeitet, das war wahrscheinlich das Schönste daran. Das heißt, was tut sich im deutschen Film? Trotzdem wird es jetzt eigentlich ein Film auf Englisch sein, weil du entführst uns nach Großbritannien. Also nicht wundern, das ist original mit Untertiteln gleich. Magst du uns noch was vorweg auf den Weg geben, bevor wir den Film starten? Nein, ich freue mich einfach, dass ihr da seid und ich finde das Schöne daran, wenn man sich Kunst anschaut, also ich nenne es jetzt einfach mal Kunst, Kino ist ja auch Kunst im besten Falle, ist ja, dass das alles mit einem passieren darf und ob man sich freut oder sich erinnert oder sich langweilt oder sich ärgert oder Spaß hat oder traurig wird, das ist ja alles erlaubt und deswegen freue ich mich vor allem einfach später hier zu stehen und mit euch gemeinsam zu schauen, wem es wie geht. Und wir erleben dich ja jetzt auch zwei Stunden auf der Leinwand, auch darauf freuen wir uns sehr. Also bitte großen Applaus an den Tetzel und Film ab, viel Vergnügen. Dein Applaus, liebe Eileen, Falling into Places. Und Ulrich Sonnenschein wird das Gespräch führen. Und wenn Sie schon öfter hier waren, werden Sie es kennen, die beiden werden erstmal ein bisschen unter sich reden, ein bisschen sich eingrooven und dann haben Sie auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Aber jetzt, lieber Uli, hast du das Wort. Ich danke dir, ich danke Ihnen. Schön, dass Sie so zahlreich da sind. Sie wissen warum. Zumindest jetzt wissen Sie warum, wenn Sie es vorher nicht gewusst haben. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, als ich den Film gesehen habe, es ist ja schon nicht einfach, einen Debütfilm zu machen. Das ist jetzt nicht dein allererster Film als Regisseurin. Du hast vorher zwei Kurzfilme gemacht, mindestens zwei, wahrscheinlich sogar mehr. Aber den ersten Langfilm zu inszenieren, in einer fremden Sprache, in einem fremden Land und dann auch im Winter. Kann man es sich noch schwerer machen? Bestimmt. Aber es war tatsächlich schon eine große Herausforderung. Also tatsächlich, das herausforderndste war, glaube ich, diese drei Positionen auf einmal zu machen. Weil ich hatte einfach keine Pause über viele Monate, sehr wenig Schlaf, keine Pause. Du hast bei deinem Kurzfilm Phoenix, den du in Saarbrücken vorgestellt hast, erzählt, dass du mit dem Schreiben angefangen hast auf Englisch. Was ist es an der englischen Sprache, was dir Kreativität entlockt oder was dir näher ist? Du lebst seit einiger Zeit in London, das heißt, die Sprache ist dir sehr vertraut. Aber warum schreibst du nicht auf Deutsch? Ich schreibe... Oh, gute Frage. Ich weiß es nicht genau. Also erstens, ich lebe nicht nur in London. Ich lebe an vielen Orten, unter anderem in London, aber auch in erster Linie ganz viel in Deutschland. Ich glaube, es gibt was in der englischen Sprache, also es gibt erstmal was im Humor, was ich sehr gerne mag. Für mich hat es eine andere Sanftheit, glaube ich, das Englische. Eine andere Fröhlichkeit. Ich glaube, das ist das, was die Sprache mit mir macht. Und darüber hinaus ist, glaube ich, meine eigene filmische Sehnsucht sehr in englischsprachigen Filmen und Serien verortet. Also ich schaue auch als Zuschauerin als in erster Linie englischsprachige Produktion. Hast du dann beim Schreiben an ein englischsprachiges Publikum gedacht, eher als an ein deutschsprachiges? Ich habe gar nicht gedacht beim Schreiben. Das glaube ich dir nicht. Nee, wirklich. Ich habe irgendwie, ich habe relativ unschuldig geschrieben. Also ich habe so geschrieben, als wenn es egal ist, ob am Ende irgendwer davon erfahren hat, dass ich ein Drehbuch geschrieben habe. Also es war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, naja, selbst wenn ich das niemals mit irgendwem teile und dementsprechend auch niemals ein Film daraus werden sollte, hat es trotzdem die gleiche Berechtigung, auf dem Papier zu landen und einfach zu existieren. Ich wollte einfach nur, dass Kira und Ian existieren. Ich wollte wissen, wer die sind. Ich wollte wissen, was mit denen passiert. Und ich wollte eigentlich meinen eigenen Film schauen in meinem Kopf. Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Was motiviert jemanden, der sehr für Firmen darin ist, andere Leute darzustellen, sich eine Rolle selbst zu schreiben? Also der Mangel an guten Rollen kann es ja nicht sein. Ich habe mir die auch nicht selber geschrieben. Also natürlich war es dann irgendwie relativ auffällig, dass Kira so in meinem Alter ist und Deutsch und ich die auch gut spielen kann. Aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als ich geschrieben habe und mich dann doch getraut habe, das Buch auch mit anderen Menschen zu teilen, dann auch mit Agenten zu teilen und Produzenten und so weiter, da gab es dann schon mal, also da stand dann einfach diese Frage im Raum, was möchtest du eigentlich bei diesem Film machen? Und dann habe ich halt immer gesagt, naja, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder ich habe dieses Buch geliefert und jemand macht daraus einen Film und irgendwer wird diese Kira spielen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ich mein Regiedebüt im Langfilm damit mache. Oder ich spiele halt Kira, weil ich hätte Bock, diese Rolle zu spielen. Aber alles geht, nichts muss so. Und ich habe eigentlich vor allem zu meinen ProduzentInnen damals gesagt, erklärt ihr mir einfach, wie ihr diesen Film auf die Beine stellen möchtet und was ihr sinnvoll findet. Und meine ProduzentInnen, die damals mit Systemsprenger, ich weiß nicht, wer von euch Systemsprenger gesehen hat, okay, es nicken wieder alle, gutes Publikum. Genau, also die waren damals mit Systemsprenger auf der Berlinale im Wettbewerb, haben ganz schnell das Buch gelesen, haben mich irgendwie zwei Tage später getroffen und gesagt, sie möchten das gerne machen. Und die waren tatsächlich so mit die Ersten, die gesagt haben, wir fänden es gut, wenn du alle drei Sachen machst und wir glauben, dass das Paket auch das ist, was dann das Herz des Films ausmachen kann. Und dann habe ich mich einfach darauf eingelassen. Also ich war da wirklich relativ entspannt bei der Frage. Du hast für eine kanadische Produktion X Company eine Frau gespielt, die Englisch mit polnischem Akzent spricht. Hast du hier einen Sprachcoach gehabt oder ist das dein Englisch, wie du es sprichst? Das ist mein Englisch. Ja, das ist mein Englisch. Ich habe bei allen Schauspielerinnen, inklusive mir, darauf bestanden, dass jeder in seinem eigenen Akzent spricht, weil ich wusste, dass ich auch mit Improvisation arbeiten möchte. Und ich wollte nicht, dass Leute dann an ihrer Sprache kleben oder an der Art und Weise, wie sie Worte sagen in dem Moment, wo sie improvisieren, weil das hätte einen gebremst. Und deswegen habe ich das so gecastet, dass jeder in seinem eigenen Akzent sprechen kann. Es gibt eine kleine Reminiszenz an, Urs hat es am Anfang erwähnt, an dein frühes Leben. Du hast im Alter von sechs Jahren angefangen zu tanzen. Diese kleine Tanzszene ist vielleicht so ein... Mein frühes Leben, das klingt so, als wäre ich irgendwie so 80 damals, in deinem ersten Leben. Es gibt so frühere Leben schon sehr schnell. Was bedeutet denn Tanz heute noch für dich? Du hast mit Royston Maldum, also nicht mit namenlosen Menschen, sondern mit wirklich großen Choreografen gearbeitet. Ja, also ich weiß auch nicht, was Wikipedia da immer schreibt und das dann so aufgenommen wird. Ich habe mal einen Workshop bei Royston Maldum gemacht. Ich habe, okay, ich habe auch einen Dokumentarfilm über ihn gemacht, true, aber ich habe jetzt nicht als Tänzerin unter ihm getanzt. Und ich habe auch, also ich habe sehr intensiv getanzt, ich war aber nie Tänzerin beruflich. Was aber trotzdem der Tanz gemacht hat, war, dass der mich sehr, sehr tief berührt hat. Und ich glaube, diese Sehnsucht danach, der Musik nahe zu kommen, das ist, glaube ich, das, was für mich Tanz bedeutet. Und wenn ich das jetzt versuche, darauf umzuformulieren, was das jetzt für mich als Filmemacherin bedeuten könnte, dann glaube ich, dass es eine Liebe zu der Verbindung zwischen Musik und Bewegung gibt. Und mit Bewegung meine ich dann eine Bewegung im Bild, auch eine Bewegung von einer Kamera, auch eine innere Bewegung mit Sicherheit. Aber das ist, glaube ich, das, was vielleicht, ja, so das gemeinsame Element ist. Auch eine Bewegung, die nicht notwendigerweise choreografiert sein muss. Genau, Bewegung, die einfach passiert, wenn sie ehrlich ist. Du hast gerade gesagt, du wolltest Improvisation zulassen. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, gerade auch als Drehbuchautorin. Wie sind denn die Impulse dieses Films entstanden? Wie viel ist eigenes Erleben? Wie viel ist reine Vorstellung? Und wie viel war offen für die Vorstellung von anderen? Also wo Inspiration herkommt, möchte ich gar nicht so genau wissen. Weil ich finde, Inspiration ist ja eine Mischung aus allem. Also natürlich aus allem, was man selber erlebt, wie man selber empfindet, wenn man sieht, hört, schmeckt, spricht, das, was man in der Natur sieht, das, was man in anderer Leute Kunst sieht, das, wie man einfach als Mensch in der Welt ist. Ich glaube, das ist alles ständige Inspiration. Und es waren so viele Fragen in einer, aber was war denn, wie ging es denn los? Wie weit war der Film offen für die Erfahrung anderer? Komplett offen. Also das Schöne ist, dadurch, dass ich diese Vorkenntnisse als Schauspielerin habe, wusste ich, dass etwas passiert, wenn man an sich einer Rolle annimmt, dass man wirklich die, im besten Falle, dass man wirklich die Verantwortung für eine Rolle übernimmt und dass man eine Rolle weiterentwickelt über ein Buch heraus, über eine Geschichte hinaus und auch über die Zusammenarbeit mit einer Regie hinaus. Weil natürlich versucht man, einer Regie nahe zu kommen und einer Vision nahe zu kommen, wofür jemand anderes die künstlerische Verantwortung übernimmt. Aber trotzdem ist es ja so, in dem Moment, wo ich eine Rolle mein Gesicht leihe, meine Stimme, meine Gedanken und Gefühle, ist sie ja in meiner Hand. Und dieses Vertrauen auf meine SchauspielerInnen, dass die den Rollen, die ich geschrieben habe oder wo ich eine Vorlage gegeben habe durch mein Buch, dass die diesen Rollen in dem Moment, in dem sie die Verantwortung für sie übernehmen, dann erst so richtig Leben einhauchen und ihren eigenen Schmerz mitbringen, ihren eigenen Humor, ihre eigenen Ideen, das weiß ich ja. Und deswegen konnte ich da sehr gut Platz lassen. Und genauso war es eigentlich für die anderen Departments auch. Also sowohl, was jetzt irgendwie meine MusikerInnen angeht, KomponistInnen, die Leute, die für Sounddesign gearbeitet haben, im Szenenbild, das waren einfach alles hochtalentierte, extrem gute Leute, die sehr vom Herzen her arbeiten. Und wo ich einfach wusste, wenn ich den Platz lasse, dann werden die so mit ihrem vollen Potenzial und mit ihrem ganzen Spaß bei der Sache sein. Deswegen habe ich versucht, so viel Platz zu lassen wie möglich. Was, finde ich, sehr gut geklappt hat. In diesem Fall ist es ja so, dass die Drehbuchautorin und die Hauptdarstellerin gleich viel über die Figur wissen, wesentlich mehr als wir als Zuschauer. Was ist Kira für eine Figur? Sie ist auf der Flucht, heißt es, auf der Flucht vor ihren spießigen Eltern, dem Schauspielerfreund, dem eigenen Misserfolg. Was noch? Also sie ist vor allem auf der Flucht vor einer gewissen Form von Selbsthass, von einer Unfähigkeit, sich selbst mit Liebe zu begegnen. Und darin trifft sie sich mit ihren. Und ich glaube, das ist auch schon, ich weiß nicht, ob die Frage noch kommt, aber ich glaube, das ist vielleicht was ganz Wichtiges, was die beiden verbindet. Denn obwohl sie so unterschiedlich im Leben stehen, also Kira ja eher wie so eine Beobachterin, die am Rand bleibt und erst mal schaut und sehr nachdenklich ist und jemand, der einfach sehr feurig unterwegs ist, extrem charmant, flirtiv, provokant, auch aggressiv, aber der vor allem extrem performt, um sein Umfeld auf Trab zu halten, damit man gar nicht gucken kann, was drin ist, sondern der verzaubert die so, dass man sozusagen daran hängen bleibt. Und das heißt, die beiden stehen sehr unterschiedlich in der Welt und trotzdem verbindet es sie, dass sie mit sich selbst extrem unsicher sind und dass sie versuchen im Außen, Kira in erster Linie durch diesen Ex-Freund, ihren, durch viele Frauen, dass sie versuchen im Außen, Anerkennung zu erfahren, sich einen Beweis dafür abzuholen, dass sie vielleicht doch liebenswert sein könnten, auch wenn sie von sich selbst nicht viel halten. Und ich glaube, dass das einfach was ist, was uns Menschen alle verbindet und dass wir irgendwie alle mehr oder weniger mit dieser Unsicherheit über uns selbst durch die Welt laufen, was ich wahnsinnig traurig finde, was das Leben so anstrengend macht. Aber ja, ich glaube, dass deswegen vielleicht ich zwar von zwei Menschen erzähle, aber vielleicht auch von mehr als zwei Menschen. Mit Sicherheit. Wir suchen Ablenkung, eine nach der anderen, um zu vergessen, dass wir sterben werden, ist zum Beispiel einer dieser sehr markigen Sätze, die im Prinzip geäußert werden, noch bevor die Handlung überhaupt in Gang kommt. Und woher kommen diese Gedanken, woher kommen diese Versuche, erst mal philosophisch zu sein und dann eine Geschichte zu erzählen? Also ich weiß gar nicht, also philosophisch ist so ein riesiges Wort. Ich glaube, das sind einfach, das sind ja die normalsten menschlichen Fragen, die wir haben. Also warum sind wir hier? Warum gibt es uns? Warum gibt es genau mich? Warum gibt es genau dich? Was sollen wir überhaupt hier? Wie können wir unser Leben so leben, dass wir irgendwie an unseren Kern herankommen und dass wir das Gefühl haben, wir haben nicht jemand anderes Leben gelebt oder für jemand anderes gelebt, aber wirklich für uns selbst. Und die Entscheidung getroffen, die, wenn wir irgendwann dieses Leben verlassen, wo wir sagen können, toll, ich habe mich getraut, ich selber zu sein. Ich glaube, das sind zutiefst menschliche Fragen, die uns halt alle umgeben. Ich würde das gar nicht irgendwie auf so einen philosophischen Thron erheben wollen. Ich glaube, der Grund, warum Iren und Kira sich da so pur drüber unterhalten können, ist, weil die auch nichts zu verlieren haben. Also man sieht ja, dass sie sich in ihren anderen Beziehungen nicht so unterhalten. Und das ist vielleicht diese romantische Zutat, die ich mich halt traue, da zu benutzen, dass sich zwei Menschen sich gegenüber voneinander, sich gegenseitig zeigen, so wie sie sind. Und was auch etwas ist, was, glaube ich, viele von uns, wonach viele von uns sich sehnen, sich so einem gegenüber zeigen zu können, wie man ist. Aber auch da kommt halt dann diese Unsicherheit und diese Angst, nicht angenommen zu werden. Und dann zeigt man halt nur 40 Prozent oder 60, je nachdem, mit wer man ist. Ist das Ergebnis dieser Überlegung dann die Liebesszene, die ich ganz phänomenal finde, dieses sich Begegnen im Halbschatten, sich berühren, ohne irgendwas zu erzeugen, viel Erotik zu kreieren, ohne irgendetwas an Nacktheit zu zeigen. Wie ist diese Szene entstanden? Wie hast du die erarbeitet? Naja, also erstmal stand sie genauso auch im Buch. Also, dass einfach diese, dass die beiden, ich glaube, ich habe sowas geschrieben wie, also ein paar Beschreibungen und dann irgendwann kam dieser Satz, they don't even kiss, but they love each other with their everything oder so. Also das sozusagen, dass es eine Liebe ist, die über eine Form hinausgeht, die einfach da sein darf, die auch nichts will vom anderen und die, glaube ich, die einzige Liebe ist, die in dem Moment auch möglich ist, auch für jemanden wie Ian, der einfach gerade mit einen der schlimmsten, schlimmeren Momente seines Lebens erlebt hat. Ich finde es interessant, wie du mit Sex umgehst in dem Film. Auf der einen Seite hoch komisch mit der Plastikvagina, in die man etwas reinsteckt und die noch ein bisschen trocken ist, in einer sehr klaren Plattenform, maybe we should just fuck, und dann sagt sie, we are not there yet, und am Ende schließt sich sozusagen die Kreisparabel und dann sind sie dann da. Ja, Sex ist eben auch nur eine dieser Ablenkungen, die wir uns gönnen, um zu vergessen, dass wir sterben müssen. Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Also mir ist auch aufgefallen, das ist mir dann natürlich auch irgendwann aufgefallen, dass ich dachte, oh, diese eine Sex-Szene von Kira ist ja eher traurig. Ich habe für mein nächstes Buch eine sehr schöne Sex-Szene geschrieben. Wenn ihr dann in ein paar Jahren in meinen nächsten Film kommt, dann kann man auch da eine schöne Form von Sex sehen. Aber was ich grundsätzlich daran interessant finde, ist, dass Sex ja auch eine physische Ausdrucksweise ist, davon, wie man sich selber empfindet, oder wie man eine Verbindung in dem Moment empfindet. Und da kann man sich ja auch dran abarbeiten, oder man kann eben etwas erforschen oder so. Und ja, ich habe das jetzt in diesem Film, die Sex-Szenen, die man sieht, sind ja nicht von so wahnsinnig viel Liebe bestimmt. Aber wie gesagt, hole ich im nächsten Film danach. Es fällt der Satz, irgendwann Deutsche haben keinen Humor. Ich habe das in England selbst oft erlebt, good sense of humor for a German. Da wolltest du auch mal sagen, hör mal, das ist Quatsch, oder? Naja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich mag an der englischen Sprache besonders den Humor. Also ich glaube, vielleicht sind Deutsche manchmal so ein bisschen steifer in ihren Witzen oder so. Ja, I don't know. Was mich noch irritiert hat, oder was mich irritiert hat, ist, Ian hat auf der Vorderseite seiner Schulter ein Tattoo, was einen Satz, mehr konnte ich leider nicht entziffern. Es hat irgendwie eine Bedeutung, weil es wird von der Kamera sehr deutlich erfasst, aber nicht lang genug, dass man es lesen kann. Anders mit dem Frauenakt, den er auf dem Oberarm, innen auf dem Oberarm hat. Das ist sein eigenes Tattoo. Das habe ich mir gedacht. Und der Satz, der hier steht. Deswegen habe ich ihn gecastet. Willst du uns verraten, was dieser Satz bedeutet? Ja, da steht, we shall go down by the sea again. Wenn ich mich, wenn ich das jetzt richtig erinnere, das ist ein Zitat aus einem Gedicht. Das hat sich tatsächlich Chris selber ausgesucht. Ich habe auch da Chris und unserer Maskenbildnerin Freiraum gelassen, dass die gemeinsam sich sozusagen aussuchen durften, was Chris, welche Form von Tattoos Chris hat. Natürlich habe ich dann am Ende gesagt, ja oder nein. Aber da sind die beiden eigentlich auf die Reise gegangen. Das viel wichtigere Tattoo im Film ist natürlich der kleine Vogel an der Hand, an der erst mal Kira ihren erkennt, nachdem sie nur diesen Vogel im Bus gesehen hat und ihn dann anhand von diesem Vogel wiedererkennt im Pub. Und wie wir dann auch später erfahren, der einfach ihn mit seiner Schwester verbindet. Wenn wir über Chris reden, wie kam die Zusammenarbeit zustande? Wie habt ihr ihn gecastet? Wie kanntet ihr euch vorher schon? Wir kannten uns nicht. Ich habe einen tollen Casting Director in London gehabt, Schotte, der ist Hamilton, der Filme wie Jojo Rabbit gecastet hat oder Only God Forgives, große Filme und der das Buch einfach sehr mochte und gesagt hat, er möchte das gerne machen. Und der hat mir dann erst mal, ich glaube, 20 Schauspieler vorgestellt. Man kriegt am Anfang immer so ein Tape, also die nehmen sich selber auf oder zusammen mit den Casting Directorn und dann kriegt man diese Tapes gesehen, diese Szenen und dann kann man sich dann aussuchen, wen man quasi in den Raum einladen möchte. Und ich weiß, dass ich Chris gar nicht direkt mit einladen wollte, aber ich habe die Tapes zusammen mit meinem Kameramann Julian Kubasik geschaut und bei Chris war ich so, ah, der ist so hübsch. Ich war so, ah, der ist so pretty, ich weiß nicht. Der hatte auch keinen Bart beim Casting und dadurch sah der echt so, einfach, ja, so wahnsinnig schön und so ein bisschen Ethan, Ethan Student mäßig aus. Und dann weiß ich, dass Julian meinte, nee, aber der hat krasse Augen, guck mal, guck dir mal die Augen an. Lad den mal ein. Das ist gar nicht schlecht, wenn man gute Augen hat, das ist nicht schlecht für einen Liebesfilm. Lad den mal ein. So, und dann habe ich ihn eingeladen und dann kam er zu der Audition auch schon mit so ein bisschen drei Tage Bart. Dann wurde er schon so ein bisschen rougher dadurch und dann habe ich zwei Live-Runden gemacht und Chris eben immer wieder eingeladen und dann war tatsächlich, also einmal die Mischung daraus, dass er wahnsinnig viel von der Rolle schon selber mitbrachte, also diesen Witz, dieses Flirtive, diesen Charme, damit kam er irgendwie schon so in den Raum rein und gleichzeitig hat er dann in den Szenen, die wir auch improvisiert haben, diese ganz krasse Verlässlichkeit gezeigt. Wer kannte das Buch zu dem Zeitpunkt komplett? Ja, ja, jeder, jeder, der zur Audition kam, hat das Buch bekommen und dann war natürlich ein ganz wichtiger Punkt unsere Chemie, also weil, ich meine, damit fällt, steht und fällt diese ganze Geschichte, weil wir uns ja trauen, zwei Menschen ganz, ganz, ganz lange nicht physisch am gleichen Ort sein zu lassen und dass das irgendwie halten muss, dass man nicht die Hoffnung darauf nicht verliert, dass die sich nochmal über den Weg laufen, deswegen war das irgendwie klar, Chemie musste stimmen. Die Idee, diese verschiedenen Orte, also Sky und London, auch verschiedene Jahreszeiten, irgendwann wird es tatsächlich auch in London mal Sommer, das hat mich sehr gefreut, dann gibt es diese Parallelschnitte, also wo du Schottland mit London kreuzt sozusagen, ist das im Schnitt entstanden, die Idee oder war das schon eine Drehbuchidee? Also erstmal muss ich sagen, wir hatten wahnsinnig viel Glück, weil wir haben Ende März angefangen zu drehen und bis Mitte Mai gedreht, also im Frühling und ich habe damals zu meinem Kameramann Julian gesagt, Julian, ich habe irgendwie Angst, weil die Geschichte fängt im November an, geht über Weihnachten, geht durch Silvester durch, landet im Sommer, ich habe irgendwie Angst, dass wir diese Zeiten nicht erzählen können, würdest du mit mir einfach schon einen kleinen Trip machen nach London, dass wir uns so ein paar weihnachtliche Stimmungsbilder holen, dass wir uns auf der Isle of Sky so ein bisschen Winter holen und das hat er gemacht und da bin ich ihm nach wie vor sehr dankbar, das war einfach so eine kleine Kamikaze-Aktion von uns beiden und da haben wir uns einfach schon sehr viele schöne Sachen geholt und darüber hinaus hatten wir viele gute Götter über dem Projekt, weil wir haben fünf Tage auf der Isle of Sky gedreht und wir haben die Szene gedreht, wo das Auto nicht anspringt und ich hatte das im Drehbuch so geschrieben, dass es bei strömendem Regen spielt, weil ich wollte, dass die Natur da so reinkommt in diese Energie und dann wurde über Regenmaschinen geredet und dann, ja, Isle of Sky, kann man jetzt keine Regenmaschinen hinbringen, ja gut, da müssen wir die Feuerwehr fragen und so, also es gab so Diskussionen und irgendwann so zwei Wochen vor Dreh kam dann meine Produzentin Yvonne McGuilly zu mir und meinte, ja Aileen, können wir uns leider nicht leisten, bleibt normales Wetter, habe ich gesagt, ja gut, schade, aber so ist das dann und dann haben wir angefangen diese Szene zu drehen und wir waren so mittendrin und plötzlich fing es an zu schneien und mein Regieassistent war so, oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt, Kontinuität und so und ich habe gesagt, mega gut, alles auf Anfang, wir fangen nochmal von vorne an, wir drehen die Szene nochmal und wir haben diese Szene gedreht, 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 haben diesen Schnee erwischt, haben dann noch danach die Szene gedreht, wo ihr nach Hause kommt, kurz nach Silvester oder vor Silvester, ich weiß gar nicht, so und dann hatten wir die Szene auch im Kasten und dann kam die Sonne raus und innerhalb von einer halben Stunde war der Schnee komplett weg und diese kleinen magischen Momente hatten wir ganz viel in dem Film, also wir hatten richtig, einen richtig guten Stern über dem Projekt und dadurch haben wir diese verschiedenen, Jahreszeiten erzählen können. Sehr schön. Ein weiterer, also eine weitere wichtige Säule ist die Musik, Lukas Beusen und John Hopkins und Ben Lukas Beusen, genau und natürlich die Songs, also I Just Died in Your Arms Tonight und Can't Help Falling in Love, vielleicht auch so ein bisschen Titel geben, Falling into a Place, Can't Help Falling in Love, wie kam die Musik zustande, wie viel Arbeit war das oder war das von vornherein klar, diese Szene, da will ich auf dem Tisch tanzen? Ja, dazu schon mal ja, also ich muss das in zwei Paketen erzählen, weil es gibt einmal das Paket Score, also alles, was instrumental beim Film passiert ist und da war es ja klar, ich brauche, bevor der Film überhaupt losgeht, schon mal die Musik für die Klavierstücke, die ihr in einem Film kreiert, weil das muss der Schauspieler dann lernen und das brauchen wir einfach relativ früh und ich war damals, ich weiß nicht, wer von euch kennt John Hopkins? Okay, so ein Paniker diesmal, für die, die ihn nicht kennen, er ist tatsächlich ein weltberühmter, krasser, britischer Komponist, der seit 15 Jahren mit Coldplay arbeitet, mit Brian Eno arbeitet, als DJ auch sehr bekannt geworden ist, also viele Preise gewonnen hat, viel Ambient Music macht, Pianist ist und so weiter. John und ich kannten uns bereits und ich habe so in dem Jahr, bevor wir gedreht haben, war alles noch so shaky, kriegen wir die Förderung, bricht die wieder weg, bricht hier was weg, keine Ahnung, es war immer alles shaky, jahrelang und auch in diesem Jahr vor Dreh und dann habe ich ständig über den Film gesprochen und irgendwann sagte John zu mir, can I just read your script? Und dann war ich so, yeah, of course und ich habe es ihm gegeben und er hat es gelesen und dann hat er gesagt, ich werde nicht die Zeit haben, den ganzen Score zu machen, aber ich möchte Teil davon sein, so what do you want me to do? How can I be a part of this? Und dann habe ich gesagt, okay John Hopkins, if you really want to, you could write the piano music, also du kannst diese Klaviermusik schreiben, die wir für Ian brauchen und das hat er dann gemacht und hat mir dann den Deutschen Ben Lucas Beusen empfohlen für den Rest vom Score, der da sich dann quasi an John orientiert hat und einfach, ja, diese wunderschöne Score Musik gemacht hat und was die Songs angeht, war es so, wir hatten ungefähr so viel Budget für Musik und meine Produzentin Yvonne hat vor Drehstart zu mir gesagt, Aileen, wir haben das, wie viel brauchst du denn? Weil I just died in your arms tonight kostet so viel, dann haben wir nur noch so viel und I can't have falling in love kostet nochmal so viel, also wir haben jetzt eigentlich nur noch so viel, kommst du damit klar? Und dann habe ich zu Yvonne gesagt, ja, Yvonne, ich brauche keinen einzigen Song, das mache ich alles instrumental, das machen wir alles mit dem Score, ich sehe da gar keine Songs im Film, so, Yvonne war happy, ich war auch happy, alle waren happy, dann saß ich im Schnitt und mein Editor David Achilles packte diesen Film voll von Songs und ich habe es geliebt und ich fand es super und ich habe mich natürlich in dieser Schnittzeit, also man schneidet gerne auf Musik, um einen Rhythmus für Szenen zu bekommen und diese Musik ist aber Layout Musik, also das ist dann Musik, die der Editor reinsetzt oder die Editorin und dann mit den Komponisten zusammen erarbeitet man dann oder mit Music Supervisoren, die wir uns nicht leisten konnten, erarbeitet man dann, welche Songs letztendlich in einem Film landen und ich habe mich in alle Songs verliebt, es waren 16 Songs mit Hintergrund, mit Hintergrund Musik in Restaurants und Cafés und so, ich wollte alle und dann habe ich zu David gesagt, ja dann los, dann holen wir uns jetzt die Musik und dann sagt er, nee Aileen, das sind ja alles super berühmte Leute, also das kriegen wir ja nicht, habe ich gesagt, doch, das müssen wir, nee, nee, müssen wir, doch, wir kriegen die, so, dann habe ich meine Produzentin darauf angesetzt, wir haben natürlich nichts bekommen, weil alles viel zu teuer und so und die ganzen Labels waren so, haha, das habt ihr, nein, und dann war ich tatsächlich einfach dreist und habe diese ganzen MusikerInnen auf Instagram angeschrieben und habe einfach gesagt, hallo, ich bin Aileen, ich finde euch toll, ich habe einen Film gemacht, können wir mal reden, so und dann habe ich natürlich auch immer den Namen John Hopkins gedroppt und unter Musikern ist das halt ein krasser Name und der war dann so ein bisschen so ein Türöffner und dann haben wirklich diese MusikerInnen mit ihren Labels und mit ihren Managements und so weiter gesprochen und ich habe im Endeffekt alle Songs bekommen. Für das? Für das. Sehr gut. Und das war tatsächlich, die Tanzszene auf dem Tisch war vorher zu einem instrumentalen Version von I Just Died In Your Arms? Nee, das war, das war ein anderer Song, wir haben dann, wir haben dann den aber glaube ich nicht bekommen, es war noch weit vor Dreh und dann hat meine Produzentin mir so eine Liste gegeben von ganz vielen Songs und dann haben Chris und ich im Auto irgendwie mal auf dem Weg zum Set haben wir die so durchgesummt und gesungen und haben so geguckt, bei welchem wir am meisten Spaß haben und dann wurde es der und ich finde, der passt irgendwie auch, besonders mit dem, was dann kurz darauf passiert, passt das irgendwie. Unglaublich, passt super. Wir können dieses Gespräch nicht beenden, ohne kurz über den Tatort zu reden. Ich glaube, wir kommen hinterher zu dem Film zurück, wenn dann das Publikum seine Fragen stellt, aber ich würde gerne noch zwei, drei Sachen zum Tatort wissen. Fünf Jahre später, dann wurde Nora Dallai geboren, die Hauptkommissarin ist sie sogar, glaube ich, als Ermittlerin in Dortmund, nicht ganz Heimat, aber fast, neben Jörg Hartmann und Anna Schutt. War das ein Wunsch von dir, diese Rolle zu übernehmen oder ist das ein glücklicher Zufall gewesen? Nee, überhaupt nicht. Also ich kriegte das Angebot, direkt nach Almanja damals, Almanja lief auf Berlinale, ich kriegte das Angebot und dann war ich erst mal so, jetzt Tatort, ich weiß nicht, dann wird man so verbrannt, das war meine Sorge damals. Klar, meine Mama fand es natürlich mega aufregend, aber nur für die Mama kann man jetzt auch nicht eine Rolle annehmen. Anyway, es war dann zum Glück damals schon so, das war so ein Jahr, wo plötzlich viele SchauspielerInnen, die man so aus dem Kino kennt, also Till Schweiger und Ulrich Tukur und so, also das war damals so eine Zeit, wo plötzlich so Kino-SchauspielerInnen Tatort-Kommissare wurden und ich glaube, das hat mir dann so den Weg erleichtert zu sagen, okay, ich mach das mal kurz, mal gucken, wie lange und dann war es schon auch so, dass ich natürlich ein tolles Team hatte, wahnsinnig tolle Kolleginnen hatte und Spaß hatte und die Zeit, die ich dann beim Tatort hatte, auch wirklich genossen habe und das irgendwie spannend fand, so eine Figur über viele Jahre hinweg zu erzählen, die ja auch erwachsener geworden ist innerhalb dieser Geschichte und ich mochte das, dass wir den privaten Strängen unserer Figuren da auch Platz eingeräumt haben, aber dann kam eben auch der Moment, wo ich einfach das Gefühl hatte, nee, jetzt wiederhole ich mich und die Rolle, ich hatte nicht das Gefühl, dass den MacherInnen dann noch so viel dazu einfällt, dass es mich jetzt als Schauspielerin hätte brennen lassen und gleichzeitig hatte ich dann auch schon Falling Into Place geschrieben und ich habe irgendwie gemerkt, einfach als Künstlerin, ich habe irgendwie gemerkt, so, ich muss stärker herausgefordert werden und muss mir da irgendwie einen anderen Weg suchen und die waren alle ganz zauberhaft, also auch da beim WDR, die Redakteure und so, die haben mich schweren Herzens gehen lassen, aber die konnten mich auch verstehen, also ich war ja auch immer ehrlich mit allen und ich habe mich jetzt mit niemandem verstritten, sondern ich war einfach nur so, ich muss weiter, so und schönerweise ist dann tatsächlich unser Redakteur Frank Tönsmann ja auch der Redakteur von Falling Into Place geworden, also deswegen geht irgendwie eine Zusammenarbeit da auch weiter und das ist total schön. Die Sicherheit war dir nicht wichtig, das ist ja immer so, wenn man Serie macht, hat man eine hohe Wiederholung und einen sinkenden Anspruch, aber eine große Sicherheit. Ist auch nicht ganz unwichtig. Nee, ich glaube, ich bin so ein Mensch, mir ist meine Unabhängigkeit sehr wichtig und auch meine künstlerische Unabhängigkeit und ich brauche nicht so viel im Leben, also ich bin jetzt nicht so ein materieller Mensch, dass ich jetzt irgendwie mir mein Leben so bauen würde, dass ich extrem viel Geld brauche, um so einen gewissen Standard halten zu können oder so. Mir ist einfach, wie schon gesagt, die Unabhängigkeit und die Freiheit ist mir da wichtiger und deswegen denke ich mir eher so, solange das gut läuft, ist das alles wunderbar und ich genieße das und ich bin sehr dankbar, dass ich in diesem Beruf jetzt in verschiedener Form arbeiten kann, aber wenn das eines Tages nicht mehr so gut läuft, dann mache ich einen anderen Beruf. Also ich glaube, dann finde ich schon was, wo ich mich reinfuchsen kann und womit ich dann meine Miete zahlen kann. Der Ausstieg beim Tatort sieht ein bisschen so aus, als hättest du ihn selbst geschrieben. Es ist eine besondere Folge, es ist A, 50 Jahre Tatort, es ist eine Doppelfolge, von denen gibt es auch nur an einer Hand abzuzählen. Nora geht nicht, weil sie erschossen wird oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil sie die Schnauze voll hat. War das deine Idee? Ich war da ganz frei. Ich habe gesagt, ich hatte irgendwie keine Lust, dass die Rolle stirbt. Weiß ich nicht. Ich mag das, dass die noch lebt, dass es die irgendwo gibt und vielleicht, ja, vielleicht sage ich ja auch, irgendwann mal, kann ich nochmal auftauchen, so. Kann ja passieren, weiß man ja nicht. Also irgendwie wollte ich, dass die überlebt, aber ansonsten habe ich mich da überraschen lassen. Und ich mag das, ich mag ihren Abgang, der ist irgendwie cool. Der ist irgendwie cool, ja. Genau. Dann öffnen wir mit diesem Satz das Fragenpublikum. Sie können gerne Ihre Fragen stellen. Genau, ich komme an den Mikrofon. Der Urs wird mit dem Mikrofon kommen, damit Sie auch dann in der Aufzeichnung zu hören sind. Genau. Trauen Sie sich. Das ist die erste Frage. Ja, erst mal Gratulation. Das ist ein sehr emotionaler Film, der viele Punkte, glaube ich, adressiert. Was verändert sich denn jetzt mit der Schauspielerin Aileen Tetzel, wenn sie weiß, dass sie selber ein Drehbuch schreiben kann und auch Regie führen? Was passiert dann? Was ist in fünf Jahren? Also natürlich hat es mir jetzt, also ich kann jetzt Drehbücher, glaube ich, noch ein bisschen besser lesen, weil ich mir schneller vorstellen kann, was für eine Art von Film das wird oder den besser einschätzen kann. Ich glaube, es hat meine Empathie, die auch vorher schon groß war, aber hat es, glaube ich, so ist jetzt through the roof, wenn es darum geht, das nachzuvollziehen, wie hart Leute daran arbeiten, einen Film zu machen, wie hart auch RegisseurInnen arbeiten und dass es wahnsinnig viele Schwierigkeiten und Komplikationen gibt. Also eigentlich gibt es kleine Dramen jeden Tag und ich glaube sozusagen, meine Geduld ist viel größer und mein Verständnis dafür, dass Sachen eben auch nicht, auch mal nicht perfekt laufen und was für ein großes Wunder ist, dann aber ist, wenn auch gute Filme zwischendurch rauskommen. Ich komme zu Ihnen. Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte nach der Persönlichkeit im Film, gerade bei so einem ersten langen Film und einem Liebesfilm, ist schon vorweggenommen worden und ein bisschen offen beantwortet worden. Deswegen die Alternativfrage, wieso ist aus dem letzten Tanz nicht der letzte Tanz geblieben, sondern warum wurde es ein Happy End? Weil ich es mir aussuchen durfte und ich wollte mich für die Liebe entscheiden. Einfacher geht es nicht zu beantworten eigentlich. Ich habe eine Frage und zwar zu der Szene, wo Kira zurück zu Aiden kommt und mit ihm nochmal zusammenkommen möchte. Das war so schlimm, das hat richtig weh. Ich konnte es kaum ertragen, dazu zu gucken. Das war ganz schlimm. Und meine Frage ist, warum tut sie das? Was findet sie bloß zu dem Zeitpunkt noch an ihm? Oder geht es da um sie selbst sozusagen? Ja, also das ist das, was ich an der Figur immer so spannend fand, weil wenn man diese Figur oberflächlich betrachtet, ist es ja genau das, dass man so denkt, was will die jetzt von diesem Ex-Freund? Also sorry, aber es sind viele tolle Männer um sie herum, warum jetzt der? Und wir porträtieren ihn jetzt ja auch nicht nur wunderbar. Aber genau das fand ich eben so spannend, dass dieser Ex-Freund ein Symptom ist, aber eben nicht der Ursprung. Und dass der Ursprung eben in ihrem extrem schlechten Selbstwertgefühl liegt und in ihrer Unfähigkeit, sich selber zu lieben, was sie dazu bringt, in dieser Abhängigkeit sich zu stellen zu diesem Ex-Freund oder zu der Meinung dieses Ex-Freunds. Und das war zum Beispiel auch eine Szene, wo wir auch mit Improvisation gearbeitet haben. Also es gab die Szene im Drehbuch, aber ich habe das dann oft, wenn es sich angeboten hat bei Szenen, ich habe das oft so gemacht, dass ich meinen SchauspielerInnen und meinem Team gesagt habe, ich werde wahrscheinlich relativ lange nicht Cut sagen und dann guckt man, wohin sich das entwickelt. Und das war eben auch eine dieser Szenen, die noch sehr viel voller geworden ist, als das, was im Buch stand und wo ich auch meinem Spielpartner wahnsinnig dankbar bin, dass da von ihm so viel kam. Weil am Ende des Tages, wenn man ein tolles Schauspiel hat, befindet man sich in einem Moment, der ganz frei ist und wo man einfach aufeinander reagiert, so wie im wahren Leben auch. Und da muss ich echt sagen, diese UK-SchauspielerInnen, die sind krass. Also ich weiß nicht, ob es jetzt euch auch so aufgefallen ist oder nur mir, aber ich finde echt so, bis in die kleinste Rolle, die sind so gut. Und man muss einfach nur die lassen und ehrlich mit denen agieren in dem Moment. In dem Zusammenhang habe ich vielleicht noch die Nachfrage, wie hast du denn am Set als Regisseurin gearbeitet? Weil du konntest ja, wenn du dann spielst vor der Kamera, ja nicht wirklich Einfluss nehmen. Hast du dann dem Kameramann zum Beispiel viel abgegeben? Oder wie bist du da vorgegangen? Und wie hast du mit den SchauspielerInnen kommuniziert? Also ich hatte keine Person, die sozusagen mein zweites Paar Augen gewesen wäre, weil mein Kameramann, der hatte genug mit seinem eigenen Department zu tun und dann hat er auch noch unser Oberbeleuchter nach der ersten Woche Corona zwei Wochen lang. Das heißt, der arme Julian hat dann auch noch sehr viel von dieser Oberbeleuchterposition übernommen. Ich habe tatsächlich meistens instinktiv entschieden, was mich selber anging, weil ich gar nicht die Zeit hatte, jeden Take nochmal anzuschauen. Also die Zeit gab es nicht. Und ich habe mir nur Takes angeschaut, wenn ich mir entweder mit mir unsicher war oder etwas überprüfen musste, was jetzt irgendwie Licht, Ton, whatever angeht. Aber die meiste Zeit habe ich instinktiv das entschieden und irgendwie gibt es, das ist ganz interessant, ich weiß nicht, wie das passiert, aber irgendwas gibt es anscheinend im Gehirn von SchauspielerInnen, wo man sich reinfallen lassen kann in einen Moment und in Gefühle und Gedanken und es gibt irgendwie so was anderes noch, was mitkriegt, was gerade passiert und das erinnert, was die Regie einem eben gesagt hat, was man anders machen soll, die Marke auf dem Boden, die geklebt wurde, wo man mit einem bestimmten Satz landen soll, dort zu landen. Also es gibt irgendwie zwei verschiedene, I don't know how to call it so, und ich glaube, das hat gewirkt in dem Moment. Also ich konnte mich immer reinfallen lassen und gleichzeitig habe ich das alles von außen mitbekommen, was passiert ist und konnte danach eigentlich sehr präzise Regieanweisungen allen Departments geben. Weitere Fragen? Ja, ich komme nach oben. Danke, ich habe nochmal eine Frage. Ist der Film in England und in Deutschland unterschiedlich aufgenommen worden von der Kritik und von den Zuschauern oder kann man da eigentlich gar nicht sagen, dass es da große Unterschiede gibt? Das werde ich jetzt herausfinden, weil bisher ist ja nur in Deutschland rausgekommen. Wir hatten hier in Deutschland einen Kinorelease. In UK spielen wir jetzt erst unser erstes Festival, das Glasgow Film Festival. Da haben wir jetzt kommenden Samstag Premiere, UK Premiere. Und genau, der UK Release ist sozusagen noch nicht passiert. Deswegen gibt es noch keine Vergleichsmöglichkeiten für mich. Wie bist du denn auf den Titel gekommen oder was bedeutet der für dich? Also was ich an dem Titel mag, ist, man kann das nicht so richtig auf Deutsch übersetzen. Falling into place heißt eigentlich so wörtlich, Dinge fallen an ihren Platz. Also es heißt eigentlich über sowas wie, es kommt schon so, wie es kommen soll. Und was ich mochte war, dass dieses Wort falling da drin steht, weil, wie ich das erlebe, mit diesen beiden Charakteren fallen die die ganze Zeit. und es fühlt sich auch sehr unangenehm an und Dinge, die denen passieren, fühlen sich ja auch sehr unangenehm an. Aber sozusagen dieses Falling into place, dieses Vertrauen, dass selbst wenn sich Dinge anfühlen, als wenn man fällt, dass man trotzdem dort landet, wo man immer landen sollte. Das ist vielleicht ein bisschen meine Message mit dem Film. Ja, hallo, ich habe zwei Fragen praktisch. Ein Blick nach vorne. Einmal wurde ja schon erwähnt, dass du ein neues Buch noch geschrieben hast. Welche Ideen hast du denn da? So ein Blick nach vorne, so ein bisschen wie Til Schweiger, wenn das jetzt sehr erfolgreich war, dann mache ich gleich mehrere, so gleicher Art. Das wäre die eine Frage. Oder eher so andere Themen, auch mit dem Risiko, dass sie nicht gelingen. Und der zweite Aspekt wäre, was ich so da vorhin gehört habe, wenn man von der ARD käme und das richtige Angebot für einen Tatort-Kommissar machen würde, mit entsprechenden Freiheiten, würdest du das wieder annehmen? Wäre das eine Option? Also gerade denke ich nicht daran, Tatort-Kommissarin wieder zu werden. Das habe ich jetzt ja ein paar Jahre gemacht. Ich würde niemals nie sagen, aber ich sage zu nichts niemals nie. Aber gerade ist das überhaupt gar nicht auf meinem Radar. Und die andere Frage war, ich glaube, was ich schön finde an dieser Kombination, die ich jetzt gerade habe, ist, dass ich als Regisseurin jetzt ja nicht in der Situation bin, dass ich ganz schnell das nächste drehen muss, weil ich muss jetzt ganz schnell meine Miete zahlen und so, sondern ich kann mir ja das aussuchen, was mich am stärksten interessiert. Und auch dadurch, dass ich jetzt mit diesem Film erlebt habe, wie lang so eine Reise ist. Also ich habe diesen Film vor sechs Jahren geschrieben. Und so eine Finanzierung von Debütfilmen oder so Indie-Filmen dauert eh Jahre in Deutschland. Aber darüber hinaus hatten wir natürlich auch noch eine Pandemie, die uns alle gestoppt hat, zwei Jahre lang. Das hat es auch verzögert. Aber so oder so, man muss da einfach mehrere Jahre so einen langen Atem über mehrere Jahre hinweg halten. Das heißt, das Herz muss dann auch über mehrere Jahre hinweg für etwas schlagen. Das heißt, das ist das, was ich heute sage und keine Ahnung, wie ich mich weiterentwickle, aber heute kann ich sagen, ich möchte sehr gerne mir auch für meine nächsten Projekte als Regisseurin Themen aussuchen, die mich selber extremst interessieren. Und Themen wie Liebe und Verlust sind einfach die Themen, die mich am stärksten interessieren als Mensch. Ich finde das wahnsinnig spannend, wie Menschen, in welchen Verbindungen Menschen zueinander stehen und wie das uns beeinflusst, wie wir lieben und wen wir lieben. Deswegen kann ich zumindest schon mal sagen, in dem nächsten Film, den ich jetzt geschrieben habe, wird es auf jeden Fall weiterhin darum gehen, dass ich weiterhin die Liebe erforschen werde. Es ist auch ein bisschen auffällig, es gibt doch immer mehr, auch Schauspielerinnen, die sagen, ich will jetzt auch meinen eigenen Stoff machen, will selber Regie führen. Wir hatten hier schon Nicolette Krebitz zum Beispiel, wir hatten Maria Schrader und die haben das oft damit begründet, weil sie von den Angeboten, die sie für Rollen bekommen haben, irgendwann nicht mehr zufrieden waren oder sind in der Form. Ist das ein ähnlicher Beweggrund bei dir oder wie kam das? Das tatsächlich gar nicht. Also ich meine, ich habe so unterschiedliche Rollen bisher spielen dürfen, also da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass mir irgendwie was entgeht oder so und die Kira ist jetzt ja auch nicht eine so außergewöhnliche Rolle, dass ich denke, da würde ja niemand auf die Idee kommen, mir so eine Rolle zu schreiben oder so. Nee, also wie schon gesagt, das war auch gar nicht Bedingung, dass ich die spielen muss, sondern ich wollte einfach nur, ich wollte einfach nur diese Geschichte erzählen und wie krass, dass es jetzt tatsächlich so ein Film geworden ist, wir jetzt, also Sie, den jetzt gerade geguckt haben, wir jetzt drüber sprechen, ist halt krass. Ja, so ist es, wirklich. Ja, da oben ist die nächste Frage. Ja, ich muss sagen, wirklich beeindruckend für ein Regiedebüt und man sieht halt, dass es wirklich ein ganz tolles Team ist und das hat das Ganze wahrscheinlich auch viel leichter gemacht. Ich meine, wenn man das erste Mal einen Spielfilm dreht, das ist ja alles neu und wenn man so toll unterstützt wird, dann ist es wirklich Glück. Und ja, ich denke, da ist ja auch eine Basis gelegt für die zukünftigen Projekte, also ein Team drumherum, dass man mit dem man natürlich auch, wie bei vielen anderen Regisseurinnen und Regisseur, wo man dann gerne weiterarbeitet, also schätze ich mal. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, wirklich eine, man denkt sich ja manchmal, oder ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wahrscheinlich, wenn man nicht beim Film arbeitet, noch umso mehr, dass man manchmal denkt, ja, was war jetzt eigentlich die Regieleistung? Weil andere Leistungen kann man ja sehr schnell sehen. Schauspielerleistung, Schnitt, Kamera, so. Aber ich glaube wirklich, eine der wichtigsten Regieleistungen ist es, sich die richtigen Leute auszusuchen und sozusagen so ein künstlerisches Paket zusammenzubauen und da muss ich einfach sagen, mir wurden auch tolle Leute von meinen ProduzentInnen vorgestellt, also sowohl von meinen deutschen ProduzentInnen als auch von meinen schottischen und da dann aber so die richtige Wahl zu treffen und dass die Leute alle zusammen passen und dass die Leute das aus dem richtigen Grund machen und das war natürlich jetzt bei meinem Film insofern ein bisschen leichter, weil wir hatten ein sehr kleines Budget. Also wir konnten die Leute jetzt nicht super gut bezahlen und dadurch weiß man dann aber, dass die Menschen, die dann bei so einem Debütfilm mitmachen, noch dazu von einer Regisseurin, die irgendwie aus einem anderen Land kommt, die jetzt auch keinen Ruf hat in UK, dass die Leute, die dann teilnehmen, wirklich bei dieser Geschichte dabei sind und wirklich vom Herzen aus mitmachen und das war, also das hat diesen Film auch geshaped. Das ist ja nicht nur mein Film. Ich bin ein Teil und ich habe im richtigen Moment wichtige Entscheidungen getroffen, aber das ist unser aller Film. Jeder Mensch, der dort im Abspann gerade erwähnt wurde, hat dazu beigetragen, dass der Film genauso ist, wie er ihm ist. Ja, Sie loben Ihr Team ja sehr. Ich habe noch eine Frage zum Team und zwar hatte mich eine Szene besonders beeindruckt, als Kira in die Galerie geht und das Bild zeigt und die beiden dann diesen wunderbaren Dialog führen. Das hat mich wirklich sehr, sehr berührt, weil das ja auch gezeigt hat, wie sehr sie den Ian auch liebt. Mich würde interessieren, wie Sie an den Maler gekommen sind und wer diese wunderbaren Bilder gemalt hat. Mir hat übrigens nicht das Porträt am besten gefallen, sondern der Vater, der am Fenster steht und ihr nachschaut. Das fand ich ein ganz wunderbares Bild. Ja, vielen Dank. Also ich mag das Bild auch sehr gerne. Das war so, dass mein Schottischer Schottbildner Andy Drummond hat mir 20 schottische Künstler KünstlerInnen vorgestellt und dann habe ich mit meinem Kameramann Julian zusammen eine Auswahl getroffen und drei davon haben sozusagen so Audition Pieces hergestellt. Also wir haben denen als Aufgabe gegeben, dass hier ein Porträt von mir, weil ich war als Einzige besetzt als Kira, dass sie ein Porträt von mir anfertigen sollten auf eine bestimmte Art und Weise und daran konnten wir dann sehen, erst mal wie hoch ist die Ähnlichkeit und wie ist der Stil. Und da haben wir dann den Carl Hamilton gefunden, einen schottischen Künstler, der diese wunderbaren Porträts gemalt hat und der die quasi parallel zum Dreh wahnsinnig schnell malen musste, weil wir haben die SchauspielerInnen auch erst kurz vor Dreh feststehen gehabt. Vorher konnte er nicht anfangen. Und dann haben sie jetzt gerade die Szene mit dem Vater erwähnt. Das war mir auch total wichtig, dass es genau das gleiche Bild ist, wie das, was Kira sieht. Und deswegen konnte er auch da erst anfangen, dieses Bild zu malen, nachdem wir diese Szene gedreht hatten. Das war ein paar Tage, bevor wir die andere Szene gedreht haben. Und genau, deswegen waren das alles so kleine Zahnräder, die dann immer so ineinander greifen müssen. Wenn keine weiteren Wortmeldungen sind, dann stelle ich die Abschlussfrage, zu der ich quasi verpflichtet bin, weil die Reihe hat eine Frage im Titel. Was tut sich im deutschen Film? Und jetzt hast du nun einen sehr, sehr vielfältigen Blick auf die deutsche Filmlandschaft. Du hast Kino gemacht, Serie, Fernsehen, jetzt deine erste Regiearbeit. Gibt es denn Leute, wo du sagst, ja, mit denen fühlst du dich in irgendeiner Weise vielleicht besonders verbunden auf künstlerische Weise? Oder was tut sich einfach aus deiner Sicht im deutschen Film? Ich weiß es nicht. Gutes Gefühl oder wird es schwierig? Ich glaube, dass es eigentlich sehr viel Talent gibt in Deutschland. Ich sehe, dass teilweise die Finanzierungsstrukturen wahnsinnig viel Zeit kosten und nicht leicht, nicht einfach sind und dass viel Talent dann auch ins Ausland geht, um dort Filme zu machen. Das sage ich jetzt so ein bisschen mit einem Zwinkerer, weil der größte Teil unserer Finanzierung kam aus Deutschland. Aber ich glaube, vielleicht würde ich mir ein bisschen mehr das wünschen, was auch in unserem Film passiert, ist, dass es dann eben doch auch deutsche RedakteurInnen gibt, die, oder Förderer, die mutig sind und Freiheiten lassen und Vertrauen auf neue Stimmen. Und ich glaube, dieses Vertrauen und auch dieser Mut zum Risiko, mit dem Risiko, dass man dann eben auch auf die Nase fallen kann, aber eigentlich einfach so dieses, vielleicht kann man es auch Selbstbewusstsein nennen, wo ich manchmal das Gefühl habe, davon könnten wir ein bisschen mehr hier vertragen. So ein Selbstbewusstsein. Die Leute in UK, so wie ich das mitkriege, oder in Amerika, die haben das so. Bei uns, wir sind oft so ängstlich und vorsichtig und langsam und da hoffe ich jetzt irgendwie auf so ein paar neue Leute. Ja, das wär's. Du bist auf jeden Fall eine von denen und bevor wir dir danken für diesen Einblick und viele anderen, möchte ich natürlich noch Werbung machen, denn mit dieser Reihe geht es im nächsten Monat schon nächsten Sonntag weiter. Ayshe Pollert wird dann zu Gast sein mit Im toten Winkel. Sie ist eine ganz großartige Regisseurin. Mit dem Film lief sie letztes Jahr auf der Berlinale und wurde von Rüdiger Suchsland als der beste Film des letzten Jahres gelobt. Der ist jetzt ganz frisch ins Kino gekommen und wird dann bei uns am kommenden Sonntag sein und Sie natürlich auch. Aber jetzt danke ich sehr für dieses wunderbare Erlebnis heute. Falling into place here. Eileen Tetzel, meine Damen und Herren. Großen Applaus. Und danke Ulrich Sonnenschein für das Gespräch. Kommen Sie gut nach Hause. Applaus Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.